Schawarma-Angebot für Schüler? Einmal die Schüleraktion bitte! Heute war ich im neu eröffneten Bezos im Mödling und war sofort vom schönen Ambiente fasziniert. Bezos spezialisiert sich auf orientalische Küche und alles ist halal. Ich durfte dann live bei der Zubereitung dabei sein. Die Flamme verriet mir bereits, dass hier viele Grillaromen ins Fleisch gelangen. Ich entschied mich für den arabischen Schawarma-Teller und den Hühnerspieß-Teller. Die hausgemachte Knoblauchcreme in Kombination mit dem gewürzten Fleisch war einfach nur köstlich. Beides war so lecker, dass ich einen Schawarma zum Mitnehmen bestellte. Das Beste ist, dass jeder Schüler, der es so Mitnehmen bestellt, ein gratis Getränk erhält. Um den Speichern ausprobieren! Mahlzeit!